oh ihr seid schon da hallo guten abend es ist dienstag der zehnte august ihr habt lange von mir nichts gesehen zumindest den ganzen tag über gehe ich mal davon aus ich führe euch jetzt mal wieder ein bisschen durchs camp also hier sind wir jetzt aktuell in der küche und hier wird ganz leckere sachen zubereitet und zwar gibt es hier demnächst achtung streben achtung streben achtung streben achtung streben jetzt komm schon hier gibt jetzt leckeres fischstäbchen mit spinat wie man hier sieht ich weiß nicht ob ich dich ins gesicht filmen darf das mir für mich nur direkt frontal gefilmt okay der chefkoch mehr von allem gordon bleu chili bei gordon bleu tatsächlich gibt es kreuzkümmel ich wollte mich fragen das ist ein wichtiger bestandteil von chili das ist der wichtigste der typische chili geschmack das wichtigste integrieren integrenz genau genau das wichtige inkredigenz hier sind auch sehr viele inkredenzen leute da ja hier ist unsere küche hat sich nicht viel verändert aktuell so sieht es aus dem chili gekocht wurde hier ist unsere slash maschine slash slush der sogenannte chunk slush wird hier vorbereitet auf basis eines chunk slush konzentrat genau genommen auf basis eines chunk konzentrat ganz wichtig unersetzlich in jedem camp natürlich eine label maschine ja hier mal vielleicht auch noch zwei in dem zelt also das zelt da bedarf es echt noch etwas leid licht licht lichteinstellung hier das ist ja noch mehr zu wenig hier wird gerade etwas irgendwas gedruckt so eine art bottle cap gun oder sowas die winkelkatze hier hallo winkelkatze hier bin ich wieder so sehe ich mich aus so sehe ich mich aus wenn ich mich einmal im kreis zähl ich muss sagen mir geht es für den ganzen tag schon nicht so gut also gestern hatte ich kopfweh gehabt und heute heute hat hat sich das das unheil das elend fortgesetzt mit halsweh ich habe halsweh tatsächlich schluckbeschwerden und so das ist echt nicht schön ich trinke den ganzen tag schon mit t und hier haben wir ja wurschtbude man sieht die paar tage am camp haben wir bisher ganz gut getan wenn der abend später wird wenn es dunkel wird dann packst du auch deine haare aus möchtest du etwas zur content id vielleicht sagen die hier natürlich direkt geschlägt das hat die anna angenäht also das fehlt noch aber geile naht ja cool und hier vielleicht das hat wurschtbude auch gestern gebastelt sehr schön also er hat nicht die tafel gebastelt er hat natürlich diese led neopix dem matrix jetzt halt doch mal ruhig doch mal ich hab noch mal diese kids ey sollen die nicht schon lange im bett sein super ich hab sogar beide ohja cool kennt man noch ne also natürlich fans wissen natürlich wo diese lichterkette ursprünglich das erste mal zu sehen war wurschtbude extra hier oben haben wir die timelapse cam heute hängt sie mal hier und hier haben wir von ben ein neues bild da hat vorher nur so ein bisschen mein gegrosselt wie man so schön gesagt drauf das hat kein mensch lesen können und er hat einfach mal ein bisschen hier so ein bisschen mehr optisch das ja hier gerechnet mit dj also heck im camp hexa technikultur sah mit dj mit adresse und mit sternchen wir sind keine motorräder super gang nur weil wir zelte haben und menschen sind hier nochmal link zu dem live stream oh cool das sehe ich ja jetzt erst aber das steht auch da kreisfreies cybercentrum aachen an der saa genau was man haben will sehr nett sehr nett so vielleicht hier mal so ein bisschen vielleicht mal so ein bisschen so einen halbig cineastischen shoppen und machen so von rechts nach links Achtung bitte hier blenden hier die cineastische stock footage musik ein sehr cineastisch wahnsinn bum 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 wie epochal diese Musik gerade war, die ich einfach so aus dem Nichts komponiert habe. Deswegen der internationale Aufruf. Dear Mr. Peter Jackson, if you want to make another Herr der Ringe Film and you're still looking for good Soundtrack guy, so here I am, please call me. I think we can make a deal. So, hier muss man jetzt, die Area kennt ihr schon, da gehe ich nicht näher ran, so. Was wird hier, ach ja, hier wird versucht, wir haben im Prinzip nur eine halbe Slush Maschine bekommen. Leider können wir aktuell nur, aber eigentlich war geplant heute auch für die, wie soll ich sagen, die kranken, die kranken alten Männer wie mich was herzustellen. Leider, leider, leider. Hat sich aber herausgestellt, dass das jetzt der zweite Behälter, dass da irgendwas, keine Ahnung, nicht richtig dicht ist, ne, deswegen musste es abgelassen werden. Schade, der Infomenik hat schon eine wunderbare Mische vorbereitet, hat am Ofen gestoppt, hat gerührt. Ja, leider, leider nichts, ne, müssen wir verschieben, aber ist vielleicht ja ganz gut, dass sich vielleicht das um ein, zwei Tage verschiebt jetzt, denn ich kann ja aufgrund meiner Halsschmerzen kann ich ja eh nichts trinken, ne. Und wenn ich nichts trinken darf, dann sollen die anderen gefährlich auch nichts trinken dürfen. So, schieb ich raus. Hier vielleicht noch kurz über den, jetzt kann man den Bereich mal noch filmen, wo keiner da ist. Das stiehlt echt mit den Lampen, finde ich sehr geil, ist sehr gemütlich. So ein kleiner Couchbereich. Hier die E-Ukulele. Oh, ich glaube Infomenik ist das. Und jetzt gehen wir mal durch dieses Tor hier. Jetzt zeige ich euch mal das Tor. Oh, jetzt hängt da sogar der Planet, das ist auch neu. Der Planet hier ist neu, das ist von Ben. Der Saturn. Hier ist übrigens die Stream Control Cam. Diese Kamera werdet ihr nie sehen, weil das Bild nämlich, weil das Bild nämlich nie gestript gibt. Deswegen, ja, Datenschutz und sowas. Die läuft einfach nur, so theoretisch könnten wir, aber wer macht's nicht. So, jetzt gehen wir mal durch das Tor. Denn ich muss euch was Tolles zeigen. Was ganz Tolles. Das ist jetzt eigentlich der Privatbereich, der Backstage-Bereich, wenn man so will. Da vorne, alles, was ihr da vorne seht. Das ist so der Public, die Public Area, so der Besucherbereich. Da können Leute jederzeit kommen, können sich angucken, was wir so machen und so. Können uns reden. Können an Workshops teilnehmen. Und hier, das ist das, was ihr, was kein normaler Mensch zu sehen bekommt, normalerweise. Das ist der sogenannte Backstage-Zeltplatz-Bereich, Area, Space. Hier wurde auch schon mal hart gemoddet mit sogenannten Tarps. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind sogenannte, äh, ja, Stoffdächer, sowas. Planen, planen, die man einfach oben drüber spannt, gucken sie. Und schon ist das kein Problem, wenn es regnet. Außer bei diesem Zelt hier. Der wird natürlich dann nass, der arme Kerl. Unratet mal, wem dieses Zelt gehört, ne, ich sag jetzt nichts. Ich sag nur, ratet mal, wer auch Lungenentzündung hat, dem dieses Zelt gehört. Lungenentzündung, ich, jetzt rede ich schon, ich hab Lungenentzündung, das stimmt gar nicht. Ich hab hier nur geschwollene, hier, mein Halt ist nur geschwollen an einer Seite, ne. Mehr ist es noch nicht. Ja, was ich euch zeigen wollte hier, dieses wunderschöne, neuwertige Zelt, günstig abzugeben, weil immer noch zu klein, ne, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, ne. Nichts abzugeben. Gerade frisch aufgebaut, ne. Fresh, fresh und black, fresh. Und bildet. Ich hab noch ein Tuch versetzt. Noch ein Tuch versetzt, ja. Hier sind, also auf dem Camp sind alle Klassen vertreten, kann man so sagen. Und so die arme Arbeiterklasse wie ich so hier, ne, die nur so halb an dem Tab, an dem Tab teilnehmen darf. Und die etwas höhere Klasse, ne, die nicht nur ein Zelt dabei hat, sondern die zwei Zelte dabei hat. Und das zweite Zelt natürlich einfach nur so als Materialzelt, ne. So für das ganze Gold und so, was du mitschleppt, einfach nur so hier verwendet. Aber hier wird jeder toleriert, ne. Hier ist jeder willkommen. Was sagst du so in deinem Jugendlichen? Ich zeig das mal, 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 so, ne. Eigentlich wird jetzt hier die Bücher angestrahlt, sieht ganz toll aus. Kann die GoPro aber nicht einfangen. Müsst ihr schon hergucken, um es selber anzugucken. Kann ich ja auch nicht alles hier zeigen, ja. Gut. Falls ihr euch fragt, ey, Matt Hicks, ne, warum hast du heute kein Set gemacht oder ein bisschen Musik gemacht? Das lag halt auch einfach da dran, an dem Hals, an dem Wickenhals. Ich hoffe, dass es morgen besser ist und nicht schlechter. Und dann können wir eventuell nochmal, dann gibt es morgen vielleicht nochmal was, ne. Hallo. Grüß noch nicht, Mann. So, ja, also, hier ganz wichtig jetzt, neu eingerichtet, unser Notruf. Feldtelefon. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Das ist ja angeschlossen, das funktioniert ja. Halt mal, bravo. Oh, mit Marsealphabet. Wo geht denn das hin? Hallo, 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 hallo. Hier wird wieder Faxen gemacht. Faxen in der Küche. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade mal gucken, wo das, wo dieses Feldtelefon hinführt. Ah, hier führt das hin. Ah, hier führt es hin. Jetzt habe ich ihn. Hallo, hallo, hallo. Ja, funktioniert auch. Ich habe es geschafft, dass wir fahre hier wieder. Ja, hier ist das. Oh, 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 oh. Ja, liebe Leute, das war's dann für heute.